Stefan Maross und Eva Luginger sprechen über Zukunftspläne, bei beiden laufen die Scheidungen. In einem Pärcheninterview haben Stefan Maross und Eva Luginger über ihre gemeinsamen Pläne für die Zukunft gesprochen. Außerdem erklärten sie, dass bei ihnen beiden die Scheidungen am Laufen seien. Sänger und Moderator Stefan Maross und Sängerin Eva Luginger haben im Interview mit der Bild-Zeitung Einblicke in ihre Beziehung gegeben. Zunächst gab Luginger preis, wann sie sich in Maross verliebt habe. Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen. Sie habe jedoch nie die Absicht gehabt, ihn mir zu krallen. Mit ihrem Ehemann sei sie später im Guten auseinandergegangen. Eva Luginger hat keinen Kontakt mehr zu Stefan Maross' Ex-Frau Anna-Karina Wojciak. Eva Luginger ist selbst Schlagersängerin und galt als sehr gute Freundin von Anna-Karina Wojciak, dennoch Ehefrau von Stefan Maross. Auch Maross kennt sie schon seit langem. Bereits 2018 waren die beiden Seite an Seite in seiner Show immer wieder sonntags zu sehen. Mit Wojciak habe sie in den vergangenen Monaten gar keinen Kontakt mehr. Als ich mit Stefan zusammenkam, war zwischen uns schon lange Funkstille, betont Luginger. Maross und Luginger sind beide noch verheiratet. Die Scheidungen laufen, erklärt Maross. Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppelscheidung. Beide seien in Maross' altes Haus gezogen, das der Moderator mittlerweile aber verkauft habe. Ab 1. Juni bräuchten sie nun eine neue Bleibe. Die soll dann etwas kuscheliger sein. Ich will einen Neuanfang. Das Kapitel ist mit meiner letzten Ehe abgeschlossen, sagt der Sänger. Luginger ergänzt, dass sie sich bereits wie eine Familie fühlten. Eigene Kinder wolle sie nicht, obwohl sie Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Genauso wie mit Stefans Mama. Deshalb wollen wir ganz in ihre Nähe ziehen. Maross hatte vor kurzem seine Beziehung zu Luginger bestätigt.